Das ist die Terrasse von der Club Lounge im Limeridien in Dubai. Superschöne Sitzmöglichkeiten hier und eben halt wirklich auch wieder einiges. Die Raum ist schön im Blick auf die Poo-Landschaft und auch unten auf den Strand. Und dann kann man wunderschön hier auch die Hochhäuser der Fälle sehen. Hier kann man sogar bis nach Atlantis schauen. Hier sehen wir das Atlantis Hotel auf der Palme. Man kann man toll erkennen und dabei nachts ist das alles super schön beleuchtet. Und da ist es richtig schön hier zu sitzen und ein Cocktail zu trinken.